Also es ist folgendermaßen, ein Gebet in Gemeinschaft stimmt, das hat 27, 26 bis 27 mal mehr Lohn als ein Gebet alleine. Und ein Gebet in Mekka hat in der Moschee, in der Meschel-Haram, Meschel-Kaaba, hat hunderttausendfachen Lohn. Das heißt, wenn du dort ein Gebet machst, das ein Einzelgebet ist, hat hunderttausendfach den Lohn von einem Einzelgebet, was du irgendwo anders machst. Und ein Gebet, was du dort in Jamaa machst, hat hunderttausendmal den Lohn von einem anderen Gebet in Jamaa, in einer anderen Moschee, außer Meschel-Nabawi, wo es tausend sind, und Meschel-Kutz, wo das Gebet 500 mal mehr wert ist als ein normales Gebet.